Du denkst du bist so toll, weil du toll rappen kannst Dass du der härteste bist, du bist der aus den Slums Doch ich sag dir mal wahr, seine Familie nimmt Hartz 4 Als selber Schule abgebrochen, deshalb bist du hier Ich bin besser als du, weil ich nicht rappen muss Ich tu das nur, weil ich dich endlich mal aufklären muss Die coolen Kids verdienen ihr Geld durch ehrliche Arbeit Sie klauen nicht, sorgen für keine Polizeiarbeit Denn ich bin der brauste Junge, der Beste in der Firma Ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter Ich bin nicht auf das Rücken angewiesen, um zu leben Denn echte Bullies könnten ihr Autos selber finanzieren Ich verdiene mehr als du, hab alle Versicherung Und jetzt als Rettner hab ich mehr gut, ich das retten tue Ja meine Kinder können alles kriegen, was sie wollen Denn ich hab alles, reichte Absicherung und ne Job Beleidigst meinen Vater, weil du deinen eigenen hast Ey yo was soll das man, sei doch nicht so ein Spast Mach lieber selbst mal was, oh ja das kennst du nicht Denn du kennst nicht einmal den ungefähren Wert von Pi Du wirst doch sicher jetzt ne richtig fette Bombe bauen Doch ich sag dir mal was ne Ahnung davon hast du kaum Ich ging zur Schule, hab Biochemie, Physik gelernt Ich könnt nicht wegern, doch ich hab was anderes gelernt Denn ich bin der brauste Junge, der Beste in der Firma Ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter Ich bin nicht auf das Rücken angewiesen, um zu leben Denn echte Bullies können ihr Autos selber finanzieren Ich verdien mehr als du, hab alle Versicherung Und jetzt als Rettner hab ich mehr gedieftes Rettentum Ja meine Kinder können alles kriegen, was sie wollen Denn ich hab Abschlussreicht um Absicherung und ne Job Doch ich glaube auch an dich, dass du etwas schaffen kannst Geh zur Schule, lernen was, werd ein einstendiger Mann Deine Mutter hat als vier, aber sie ist wunderschön Lass sie mal vom Koffer und lass sie zum Arbeitsabend gehen Auch dein Vater kann was tun und vernünftig Geld verdienen Hast du erst deinen Abschluss, kann es munter weitergehen Finde eine Ausbildung, drehe mir nach deinem Tramjob Bist du erstmal richtig drin, bist du wirklich wahrlich top Bist du der brauchte Junge, der Beste in der Firma Dann hast du eine Ausbildung zum Landesbankkassierer Du bist nicht auf das Rücken angewiesen, um zu leben Dann kannst du deinen tollen Porsche selber finanzieren Du fahrt nichts mehr dazu, als alle Versicherung Und jetzt als Rettner hast du mehr gedieftes Rententum Ja deine Kinder können alles kriegen, was sie wollen Denn du hast Autosreicht um Absicherung und ne Job Hm Hm Kr rare Yeah 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 Bis zum nächsten Mal.